heute machen wir einen kleinen maskentest und zuerst schauen wir mal wie eine einfache stoffmaske funktioniert so dass eine stoffmaske einschichtig man sieht nicht durch aber naja probieren wir mal rauf damit also wir sind versteckt schauen wir mal aus dann machen wir den nächsten test und zwar mit einer mehr schichtigen zertifizierten und waschbaren stoffmaske aus trapotheke so weil ich wieder versteckt nase mund verschlossen und kleiner test es bewegt sich naja nicht so schnell wie bei der anderen aber immerhin so und jetzt nehmen wir eine zertifizierte chirurgische maske es bewegt sich nichts